Tote Hose auf der sündigsten Meile der Welt Life Stopp! Schon gut, ich mach ja schon mein eigenes Intro Einkaufen im Ausnahmezustand Hochpackige Schuhe Einlaufen im Ausnahmezustand Seit einem Jahr haben wir Berufsverbot Zu Recht, was soll das auch darstellen? Am Ende tanzen die noch im Supermarkt Verdammte Scheiße, du, ehrlich, du Sich bis saufen im Ausnahmezustand Langlaufen im Ausnahmezustand Hamster-Einkäufe im Ausnahmezustand Total dumm Morgens halb 10 in Deutschland Knoppaß Aber was viel schlimmer ist Die Gangsoost hat bereits seit 8 Uhr morgens kein Alkohol mehr Aaaaaaaaaaaaaaah Selber schuld, ne? Das ist einfach scheiße, man Was für ein Opfer Freundlicherweise besorgt der weltweit bekannte Schelgedor Den 15-Jährigen Noch eine Flasche Schnäppchen-Wodka Keine Probleme für mich 7,99 8 Euro 9,99 Cent brauche ich noch 50 Cent noch bitte 70 Cent Uuuuuh Währenddessen Woanders im Supermarkt Nicht schon wieder dieses Schwalle rumgetanse Warum bleibt mir das nicht endlich erspart? Das kotzt mich an Nicht auch Auf der Reeperbahn Hat ein Discounter im Lockdown täglich über 30 Stunden geöffnet Alkohol ist während der Pandemie hier heute verboten In der Filiale wird Alkohol deshalb als Milch verkauft 9,90 Cent Ich zähl das nicht 7,90 Mann An der Nachbarkasse steht Ein neuer Kunde Der den Pegelstand der Elbe erreicht hat Corona Corona Bin immer Alles Beschiss Ich hab mal Test am guten Arzt Herr Uwe Manneschick ist ein Witz Herr Uwe Manneschick ist wirklich im Labor Entstande Dessen bin ich mir auch sicher Ala Ich box sogar noch Ja gut So Haken Haken Leichts links Bum 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 Hohoho Und noch 20 79 Cent Tolle Stimme Ja 2,5 Jahre lang Ausbildung Und noch 50 Euro 20 Oh Scheiße Wird wohl nichts mehr mit dem Wodka für Gigasost 4.000 Büchsen Bier und eine Flasche Kräuterschnaps lehnte der gelernte Schwarzfahrer Von mir ab Trotz Mehrfacher Nachfrage So Zum Schluss Gönnt ich mir nach all dem Hirn Noch eine Flasche Borisov Oder anderen Alkohol Ja Schmeckt absolut scheiße aber egal Ja scheißegal Hauptsache Baller Und er wird geballert Alkohol 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 Kräuterschnaps Alkohol 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 Wodka Alkohol 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 Jägermeister Alkohol 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 Bier und Wodka Wie das Video endet so beginnt es auch Scheiße Endet Dokogo Alkohol Alkohol Anahnhepimme